...Gibellensektor, glaube ich, ne? Und wir gucken ganz einfach mal, was wir hier noch reißen können. Ähm, sollten hier langsam mal unser Schiff ein bisschen ausbauen, haben viel Geld für Teleporter und für eine Crew ausgegeben. Und, ja, jetzt wird's mal langsam Zeit, dass unser Schiff ein bisschen was abbekommt. Ähm, da haben wir schon mal ein Schiff, da fliegen wir gleich schon mal hin, würde ich sagen. Ähm, gehen wir erstmal da hin, ne? Und gucken mal, was uns hier in den Tiefen des Weltraums erwartet. Aha. Ja, ich glaube, da kämpfen wir, oder? Das machen wir. Die haben zwei Schilde. Ah, they are trying to escape. Ah, super. Ja, dann... Guck mal, die haben gar keine Matchstation, wollte ich gerade sagen. Matchstation. Haben keine Matchstation. Ähm. Äh, tut, 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 tut. Ja, dann schicke ich die da oben rein. Und... Na, erstmal volle Pulle hier drauf. Die sollen nicht abhauen. Was haben denn die? Die können mir hier auch abmachen. Die haben ja auch ein paar Laser. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Ich mache jetzt mal nur einen Schuss hier auf das Generatording und einen Schuss auf die Waffen, dass wir vielleicht eine deaktivieren können. Es muss natürlich alles treffen, ne? Das ist natürlich super wichtig. Zack. Ah, da stehen sie gleich zu zweit drin. Ah, ist okay. Und... Ja, war ganz okay. Das Ding lädt immer noch auf. Das heißt, ich muss doch noch mal dran. So, aber da ist jetzt, das ist ein Burstlaser, ne? Hm. Jo, was beschieße ich denn da jetzt? Jetzt bin ich ja schon wieder hier, äh, ganz unschlüssig, was ich jetzt genau machen soll. Ich will eigentlich die Schilde kaputt machen. Ich will sie am, äh, springen hindern. Und die Waffe würde ich auch gern wegbekommen. Ich mache das jetzt nochmal so. Oh, das ist sogar ein Dreier. Alter Schwede. Machen wir jetzt wieder kompliziert. Wird mich wahrscheinlich wieder einer rügen dafür. So, die halten sich eigentlich ganz gut. Okay. Zumindest schon mal delayed. Ein Laser ist weg. Okay. Hm, hm, hm. Dann hauen wir die jetzt alle da drauf. Oh, 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 oh. Ich hole sie mal zurück. Sub-Zerup. So. Das Ding ist... Oh, jetzt kann ich den Strom nicht abziehen. Hm. Naja, das ist halt so ein. So, du kannst wieder zurück. Machen wir erst die Türen. Ne, die Sensoren noch ganz. Oh, schon wieder ein Feuer. Ach. Ach komm, wir tauschen jetzt. Die Waffen müssen jetzt schneller repariert werden. So, wie sieht es denn hier aus? B-b-b-b-b-b, doch da. Ah. Das läuft eigentlich gar nicht so schlimm. Ach, das war's schon. Full Repair. Uh, nice. So, jetzt kann ich die aber nicht weiter boxen lassen, ne? Schade, dass ich die hätte trainieren lassen können. Ja, naja. Egal. So, dann müssen die gleich wieder zurück, ja. Komm mal zurück. So. So. Ja, das ist eigentlich ganz nice, dass ich das jetzt bekommen habe. Vielleicht kann ich die nochmal gebrauchen oder zumindest Ölchen waren wir weggeaufen, ne? Aber gut, wir springen mal weiter. Hier sind überall Schiffe und meine Energie ist langsam voll am Arsch. Das heißt, ich springe erst mal hier hin. Vielleicht habe ich da ein Stor. Aber so langsam wird es doch ein bisschen eng, finde ich. Wenn da ein starkes Schiff kommt. Ah. Distress Signal. Ach, du Scheiße. Jetzt hat es keinen Sinn mehr, hier hinter zu springen. Ei, 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 ei. Ich hoffe, es sind jetzt keine starken Schiffe, ey. Und der Part ist hier nach fünf Minuten schon wieder vorbei. Joa, ein kleiner Autoscout. 17 Scrap kriege ich doch bestimmt mehr, wenn ich den kille, oder? Aber dann habe ich Schaden. Okay, dann. Machen wir das mal so, ne? So. Bin mir schon mal ein bisschen sicherer. Als nächstes werden wir Evade hochziehen, ne? Ach so, ich brauche Scrap unbedingt zum Reparieren. Das wäre jetzt dumm, wenn jetzt... Ja, okay. Ich kann da die Hüllendrohne, kann ich verkaufen. Ja, wie springen wir denn jetzt? Komm, wir machen hier mal ein Risiko, oder? Gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Oh nein! Oh nein! Oh, hier mit Drohnen und allem drum und dran. Ach du Scheiße. Das sind nochmal viele. Macht sie kaputt. Gut. aus. So, da haben wir es im Griff. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Achso, die haben so schwule Türen. Ach, das sind ja blöde Säcke. Ja, ich werde aber jetzt erstmal nicht weiter drauf schießen. Da waren die Schilde noch kaputt. Achso, das war es schon. 40 Scraps, Drone Part. Ja, okay. Ich könnte eine Waffe vertragen hier. Können wir ruhig mal eine Waffe geben hier, Mensch. Aber ist auch okay, oder? Können wir mitleben. Gut, springen wir weiter. Da haben wir einen Store. Jetzt können wir uns Rapper rerun. Jetzt gibt es da bestimmt die tolle Imba-Waffe, äh, Waffe der übermäßigen Imba-Nest. So rum. Drone Control. Benzin haben wir noch. Ja, ich muss. So, und jetzt, was kriege ich denn hier für 50? Dann noch mal 70. Ich bräuchte 80. Ne, 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 da muss ich mal ein bisschen sparen jetzt hier. Ich glaube, da kauf ich mal nix. So, machen wir mal weiter. Wie viel springen haben wir denn noch? Eins, zwei, drei, circa vier. Ja, okay, komm, ja, wir gehen helfen. Machen wir hier rein, oder? Und schießen da volle Kanne drauf. Au, 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 au. Nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Ich hab's versaut. Ich hab's versaut. Boah. Boah, das war aber, das war aber alter Schwede, du. Alter Schwede, ne? Oh, was hat denn das Ding an die Welt? Jetzt muss ich hier mal ein Waffen fritzen lassen und reparieren bringen, aber das ist wichtig. Ja, dann erst mal volle Kanne da drauf jetzt. Oh, was? Eigentlich müsste ich das ja nochmal schaffen, oder? Dann könnte ich die ein bisschen leveln, es wird sauknapp. Soll ich es riskieren? Soll ich es ja nochmal darüber baden und irgendwas kaputt machen lassen? Eigentlich müsste es sicher ausgehen, oder? Schießen hier erst nochmal auf die Waffen, dann ist er kampfenfähig. So. Ach komm. Bisschen Training, oder? No risk, no fun. Ich mach das jetzt einfach mal. Also eben haben wir es ja auch geschafft. Dann schaffe ich es doch wieder, oder nicht? Oder? Ach komm. Da kann man ja auch den Teleporter nicht kaputt schießen. Also eigentlich dürfte es doch nicht schief gehen, oder? Eigentlich dürfte es nicht schief gehen. Risky, Mann. Aber hat geklappt. Aber hat geklappt. Haben sie ein bisschen geskillt. Das machen wir grad nochmal, oder? Natürlich machen wir das nochmal. Ach, der hat ganz richtig repariert. Doch hat er. Ich hab nur den Strom abgezogen. Null. Ähm. Ja komm. Machen wir nochmal. Guck mal, die haben die Schilde ganz richtig kaputt gemacht hier. Dann kriege ich jetzt mehr XP, wenn die die Schilde rot machen, oder ist das wahrscheinlich wurscht, oder? Habe ich sie auch wirklich voll geheilt? Ja, oder? Aber das ist natürlich super essentiell. So, ab geht's. Kampf unter harten Bedingungen hier. Aber sie meistern es. WTF? Hat er geschossen? Hm. Kann man uns leisten, hier mal drauf zu ballern. Vielleicht machen wir gleich noch ein Level. Ist gar nicht so verkehrt. Joa, sind schon nicht schlecht, oder? Machen wir nochmal. So. Ach komm, gehen wir mal ins Cockpit, oder? Machen wir ins Cockpit. Ich muss da nur aufpassen, dass ich das Schiff nicht zerstöre, falls der jetzt seine Waffen wieder repariert. Aber einmal machen wir jetzt noch. Zack. Ah, siehst du, da kommt's ja nämlich. So, jetzt dürfen wir aber nichts mehr machen. Ach so, wenn ich ein Bauteil kaputt mache, geht auch ein Balken weg, ne? Guten Morgen. Guck mal, die leben noch. Scheiße. Ach, ich bin doch so ein Kackbunen, Alter. Ja, natürlich, wenn ich da was... Ach, da hab ich... Ach, wieder nur... ...um eine Ecke gedacht. Und dann muss ich wieder um fünf Ecken denken. Och, bin ich ein Idiot manchmal, ey? Ich... Ja, man muss halt lernen, ne? Ach, scheiße, ey. Verdammt nochmal, warum bin ich denn so blöd? Tja, da hab ich doch schon wieder keinen Bock mehr, ne? Oh, Mann. Oh, Mann. Ey, wie dumm. Warum schießen... Ach, wieder selber schuld, wisst ihr? Oh, nee. Ach, Mann. Was willst du von mir... Bla, 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 bla. Warum hab ich das denn jetzt nicht bedacht? Dass wenn ich da ein Bauteil kaputt mache... Beziehungsweise, das war das bei den Schilden gerade auch so? Ach, scheiße, scheiße. Hab ich gerade knapp 100 Scrap in den Sand gesetzt, ey. Und ne gute Invader-Crew. Oh, Mann. Tja. Willkommen zu Session 4, ne? Oh, Gott. Ich seh den Verity schon wieder lachen. So ein Mist. Ach, guck mal, was bist denn du für einer? Release? Wollen wir die releasen? Ja, angreifen werde ich sie nicht. Wir machen mal hier blau. So. Naja. Dann können wir das jetzt als Invader-Crew nehmen. Da müssen wir jetzt ein bisschen... Oh, der schießt ja trotzdem. Ach so. Ach so, wir kämpfen trotzdem. Muss mir doch einer sagen, Mensch. Oh, jetzt geht aber wieder alles schief hier. Jetzt geht aber wieder alles schief. Was ist denn jetzt hier los? Ach so. Scheiße. So. So. Und dann... Ach, das läuft doch schon wieder alles so kacke hier. Ach Gott, ey. Ich glaube, das ist nicht mein Spiel. Oh, ich will mich schon wieder zerschießen, Mann. Ja komm, wir brauchen den Evade jetzt. Oh, wir müssen da die Rapper reviewen, dann machen wir das jetzt so. Fuck, Mann. Okay. Okay. Sollte ich offscreen machen hier. Das ist auch so eine Sache, die muss ich mir dringend merken für die Zukunft, ey. Dumm muss man sein. Also so rückblickend. Natürlich. Ich meine, ihr habt voll recht. Flamed mich. Ich habe wieder Dummheiten gemacht, aber... Was soll ich sagen? Ah, wie mich das ärgert, ey. Ähm... Ja, dann ab in den nächsten Sektor, ne. Oh, so ein blöder Nebel und meine Energie ist down. Also das ist ein schöner Guide, äh, wie zerstört man sein Schiff, äh, selbst, äh, am besten, ne. So machen wir das jetzt, ne. So werde ich das jetzt drüber schreiben. Na egal. So, da habe ich einen Questmarker. Ich fliege aber glücklich auch's doch mal hier hin, ne. Aber beim Questmarker kriege ich bestimmt auf die Fresse. Habe ich auch noch ein Glück gehabt. Jetzt muss ich schon wieder so viel Scrap dafür ausgeben, mich zu rappareieren. Tja, nehme ich einen mit und repariere mit dem Rest, oder was mache ich denn jetzt? Cooler Between Weapon Shots ist improved by 15 Persons, aber meine Laser sind eh sau schnell, ne. Ist jetzt vielleicht nicht so sinnvoll. Ah, die hätte ich... Ah, komm. Ich muss hier jetzt... Ich muss irgendwas... Machen. Irgendwas Tolles. Nein, ich kann hier nichts Tolles machen. Was brauche ich denn jetzt hier? Machen wir das so, ne. Ich hole mir ein. Es läuft nicht gut, Leute. Es läuft echt nicht gut. Also wenn das irgendwie noch gut gehen soll, muss ich mir hier echt Mühe geben. 100 Scrub in Sand gesetzt, ey. So eine verdammte Scheiße. Da oben ist noch ein Store, aber ich habe keine Kohle. Wir gehen jetzt zum Quest. Dann rein in den Nebel und schön viel mitnehmen. Schlagcruiser. Das sind diese komischen Schnecken, ne. Oh, du hast aber eklige Waffen, ja. Machen wir das jetzt am besten. Wo schicke ich denn euch jetzt rein? Wenn ich meinen Teleport deaktiviert habe, habe ich echt ein Problem, ne. Fuck, ey. . Das war glaube ich uncool jetzt, was ich gemacht hab. Äh, die zwei. Ah, guck mal, da brennt's. Geil. Ja, super, dann hauen wir da direkt nochmal drauf. Scheiß auf die Schilde erstmal. So. Das dürfte sich ausgehen, ne? Das dürfte jetzt eigentlich gut klappen. Der müsste ja sehr schnell sterben hier. Dann hauen die gleich beide da drauf. So, wollen wir das haben. Ah, Gott sei Dank. Ja, da hab ich ein bisschen Glück gehabt jetzt mit dem Feuer. Ja. Wie ist denn das, wenn ich das jetzt skille? Brauche ich dafür Energie, oder habe ich die automatisch? Ja, cool. Brauche ich keine Energie für. Was haben wir denn hier? 25 jetzt. Äh, ich hab noch 29. Energie brauche ich erstmal nicht. Das kann ich mir auch gar nicht helfen. Ja, lassen wir erstmal so, ne? Springen wir weiter. Ja, das kann ich mir auch gar nicht helfen. Warte mal. Ne, ist alles in Ordnung. Alles, alles ist gut. Achso, hier. Ach, hab ich wieder übersehen. Wieder die Türen. Ist aber auch gemein, so orange. Fällt überhaupt nicht auf. So, jetzt können wir springen. Oh, überall Dreiecke. Das ist ja eklig. Voll ekelhaft. Aber noch halten wir uns hier. Noch klappt alles. Also, es klappt halt nicht so, wie ich das will. Aber... Wir halten uns noch. So, wieder zwei Schilde. Na, dann... Ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier... Ah, die Schnecken. Die haben nicht viel Life, oder? Oh, das ist ein Burstlaser. Da muss ich auch wieder volle Kalle auf die Waffen gehen. Na, wenigstens einen deaktiviert. Oh, nice. Da macht sich Evade bezahlbar. Komm, die kaputt. Ach, das war's schon. Okay. Gut. Das... Das lief ja... Super. Sehr schön. So, ja. Nochmal regenerieren. Und, äh, was habe ich jetzt bekommen hier? Eine Waffe. Was braucht die denn? Zwei Power. So. Benutze ich erstmal nicht. So, wieder Aufstellung her. So, und weiter geht's. Na, gucken wir mal. Ist das hier noch im Nebel, oder ist das außerhalb? Na, ich fliege lieber rein in den Nebel. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Was ist denn hier los? Äh, ist das jetzt ein Witz, oder was? Boah, das ist ja eklig jetzt. Kann ich mir da jetzt ein Invade leisten? Die haben drei Schilde. Ach, du Scheiße, ey. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wie gehen wir das denn jetzt an? Ich muss mich ja hier beeilen. Komm, rein. Trauen wir uns. Wohin? Hier hin. Und? Wo schießen wir hin? Wetten, der die Schilde ist. Der deaktiviert mein Teleporter. Ach, da hab ich ja gar nicht drauf geachtet. Und eine Rakete hat er. Ei, 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 ei. Komm, wir müssen hier wieder volle Kanne auf die Waffen gehen, in der Hoffnung. Ach, das geht doch schon wieder schief. Das geht doch schon wieder schief. Das sieht doch schon wieder ganz kacke aus. Ah, verdammt ich, ey. Ah, da kannst du ruhig drauf schicken. Obwohl, das muss ich sofort reparieren. Aber sofort. Oh, lad auf. Teleporter geht. Schnell zurück. Oh nein, die Rakete schießt. Wehe, der schießt auf meinen Mantis. Wehe, 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 wehe. 62% haben wir noch. Ja hier muss ich flüchten. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Schnell, 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 schnell. Das hörte sich noch Feuer an, oder? Hier ist ja eklig der Nebel, äh, ist ja voll eklig. Nur Dreiecke hier in der Umgebung. Wollen wir so fliegen? Verdammt, ey. Bestimmt auch keine gute Entscheidung. Wir gucken. Wieder so einen, diese blöden Slacks. Ei, 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 ei. Er schießt wieder voll auf die Waffen. Die machen mir hier Angst. Ich brauche unbedingt auch eine bessere Bewaffnung. Feuer habe ich schon drin. Super. Feuer habe ich schon drin. Ja, aber das war's doch schon, oder? Oh, einer lebt noch. Na, dann lassen wir die jetzt so ein bisschen skillen. Jetzt will er's wissen. Jetzt will er's wissen. Die Schnecke will's wissen. Kriegt's auf die Fresse. Diese schleimige Fresse. Oh, nice. Gut, dann schießen wir den jetzt so kaputt. Alles nicht so optimal, ne? Müsste ich auch langsam mal skillen hier. Aber wir machen das erstmal so. Den Rest spare ich mir erstmal. So. So. Dummdi 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 dumm. Äh, warte mal. Ich hab ja den falschen. Äh? Ah, scheiße. Ich hab den falschen da. Naja, egal. Noch zu spät. Äh. Machen wir hier so einen Zickzacksprung, oder? Nehmen wir hier das blöde Ding auch noch mit. Den Sektor machen wir heute noch fertig. Tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen ruhiger bin. Was? Äh, heavy rockman poses, Captain. Wat? Wat? End opens fire. Mehr brauchen wir gar nicht wissen, oder? Alle leben noch. Gott sei Dank. Laser. Du, 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 du. Keine Krankenstation. Super. Drei Laser. Da. Vertrauen wir mal auf unser Evade. Oh, der Level zu schnell. Dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm. Die haben ja gar nicht getroffen hier. Ganz toll. So. Wie läuft der an? Den rock. So. Hat auch nochmal. Grad so geklappt hier. Was ist denn hier eigentlich schon wieder los? Was? Wo hab ich denn hier den Sauerstoff abgezogen? Mensch. 65 schonmal. So. Ich brauch jetzt dringend langsam neue Waffen. Ne? Super, super wichtig. Guck mal, da ist ein Stor. Können wir so auflegen? Na, scheiße. Ich hab noch viel zu viel Zeit. Nehmen die zwei da oben jetzt auch noch mit. Verbrauchen wir zwar einen Treibstoff umsonst, aber naja. Huch, Aki, wo kommst du denn her? Dich hab ich ja gar nicht gesehen. Was machen wir denn mit dir? Ja, was machen wir denn mit dir? Gehst du vielleicht mal da hin und dann haben wir hier einen Invader mehr. Eventuell, ne? So machen wir das. Ja, jetzt müssen wir hier wieder... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh, das wird aber jetzt doch wieder knapp. Habe ich da jetzt doch scheiße gemacht? Ich glaub ich hab da wieder scheiße gemacht, aber naja. Oh ja. Oh ja, das war nicht ganz so cool. Drone Control. Ach, das bräuchte ich beides. Ja, scheiße. Einmal müssen wir kämpfen da noch gegen die Schwuppen von Verfolger. Jetzt ist hier noch nicht mal was. Na dann kommt mal her, ich mach euch fertig. Ohhhh. Ohhhh. Fuck. Ich spekulier mal drauf, dass der nur einen rüber portet, oder? Dann habe ich hier meinen Rock. Zur Not muss ein Mensch mitkämpfen und dann müsst ihr jetzt auch da rüber. Oh fuck ey. Oh fuck, das ist aber echt stark. Oh fuck. Scheiße. Was? Wer? Ihr hier oder was? Nee ihr könnt noch ein bisschen. Nee ihr könnt noch ein bisschen. Oh dear. Ich muss die jetzt rüber holen, dann können sie die jetzt klatschen. So, machen wir das. Der hat sie auch weggeholt. Jetzt brauche ich aber noch meine Schilde. Urkatzen ist hier schon reingef Dear. Ich will die jetzigen K 15b range anschauen, aber ich wollte mal die Kugel mal im Lerner möchte. so waffen haben wir immer noch nicht kaputt gekriegt blöd sehr gut so will ich das sehr schön lecker so meine freunde das nächste war mal so cool nochmal rüber zu teleportieren aber das dürfte der letzte sein wieder viel scheiße passiert schon und sollten haben immer blöde schiffe deswegen gehen wir glaube ich in den piratensektor und ich hoffe das irgendwie in erinnerung dass ich mehr bauteile bekomme wenn ich schiffe aber irgendwie haben wir da noch nicht so eine coole waffe bekommen eine waffe haben wir bisher bekommen egal wir springen mal hier hin so wir lassen mal pause nix ist orange nix ist rot ihr habt alles full live und ja seid gespannt wie es weiter geht in der nächsten folge fast in light mit dem noob längster schreibt mir kommentare schreibt mir tipps und tricks oder was auch immer und ja bis zum nächsten mal bye bye euer längster bei e bei 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 dabei